So, das ist mein nächstes Leben auch, Geschwisterchen. Ich bleibe diesmal... Oh, Wasser, juhu. Ja, die Steuerung ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen, wenn es im Kampf geht, finde ich sie ein bisschen langsamer. Ich habe zum Beispiel auch ausprobiert, dass ich werde kurz weggehen, der frisst meinen Hälternteil auf jeden Fall auf. Das war's auch schon. Ja, ich gehe weg, der ist, ja, nicht meine Beute. Der frisst ja einfach alles. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe mal einen T-Rex angegriffen, doch zur Zeit ist das ein bisschen langsam, wenn man das tut, weil, als ich ihn angegriffen habe, ist mein Raptor von ihm abgesprungen und in diesem Sprung ist er schneller gewesen, im Umdrehen und mich totbeißen, als ich den Boden wieder berührt habe, dass ich da doch das erstmal lasse, bis die physikalischen Gesetze ein bisschen angehoben sind. So, was kann ich denn? Auch wenn ich das noch nicht brauche eigentlich, suche ich schon Nahrung, man weiß ja nie. Hat einer eine Schwimmstunde? Das ist, glaube ich, mein Geschwistert hier. So, was kann ich denn? Äh, ist der jetzt verschwunden, da habe ich den übersehen. Der ist eigentlich erst da hinten. Das werde ich mir noch ganz genau gucken. Und kommt nicht mehr mit der Kamera so gut unter Wasser wie vorher. Und wir scrollen. Ne, kriege ich das auch nicht hin, aber schnell Platz, muss er. Oh, ja, da braucht nur ein Biss, da braucht nur ein Biss, bin ich hier weg. Ich würde gerne einen Kampf wagen, aber da bin ich noch nicht so gut. Dann wachse ich lieber noch erst einmal. Ich lege mich mit etwas an meiner Größe an. Eine Echse. Oh, das war jetzt aber echt knapp. Weißt du den bitte tot für mich? Ja? Na? Macht der das? Ich sehe es schon kaum, ich bin gleich wieder Beute. Der guckt sich die nachher aber an, oder nicht? Gegen Baum gelaufen, dann drehen die sich irgendwie immer. Na komm, weiß sie doch einmal. Macht wohl noch keine Nahrung. Dann werde auch ich hier verschwinden. Ja, vor denen nehme ich mich auch in Acht, auch wenn das ein Artgenosse ist. Sie töten einen genauso. Ein Rudel kann man irgendwann bilden, soll auch noch nachgepatcht werden. Funktioniert, glaube ich, aber erst, wenn man erwachsen ist. Dass man sich mit jemandem verbinden kann. Okay, ähm, ich würde sagen, dass ich heute echt viel Pech habe. Ja, das war dann mein zweiter Tod. Schlipfling ist doch nicht einfach. Ich hatte wohl, ja, das war es erst einmal hier. Bis zum nächsten Mal.